Badriburger Naturparkquellen. Unser Wasser von hier. Ach Männer, wie die Zeit vergeht. Jetzt stehen wir hier und schmücken den Baum. Weihnachten steht vor der Tür. Was waren denn für euch so die Highlights dieses Jahr? Leopold, für mich war es ganz klar das 3-2 in Rostock, wo der Taka kurz vor Schluss das Ding reinhaut und alle einfach nur auswachten. Mensch Leopold, da gab es so viele schöne Momente dieses Jahr. Der Aufstieg, das Spiel gegen Bayern. Ich kann mich gar nicht entscheiden. In erster Linie habe ich mich natürlich riesig gefreut, dass ich wieder zurück nach Paderborn kommen konnte, weil das absolut meine Heimat ist. Und dass ich dann aber im ersten Heimspiel gleich zwei Tore machen konnte gegen Ingolstadt, das hat das Ganze echt getoppt und das war echt mein Highlight dieses Jahr. Ja, liebe Fans, ihr merkt schon, jeder von uns hatte dieses Jahr seine eigenen Highlights. Auch für mich war es ein ganz besonderes, unvergessliches Jahr, auch dank eurer Unterstützung. Und ich hoffe, wir können im neuen Jahr an diese erfolgreiche Saison anknüpfen und würden uns freuen, wenn ihr wieder zahlreich ins Stadion kommt und wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich suche so auf alle Daten. Und deshalb bedanken wir uns schon mal bei euch und wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Badrieburger Naturparkquellen. Unser Wasser von hier. Badmürkellen.nu Badmürk Badmürklauter.com